Sie benötigen Unterstützung beim Verkauf einer Immobilie, bei der Suche nach einem neuen Wohnobjekt oder bei der Sicherung Ihres finanziellen Vermögens? Dann sind Sie bei der Jordan und Mähling Immobilien GbR Gold richtig. Das zuverlässige Maklerbüro aus Berlin-Britz hat sich auf den Verkauf von Häusern und Eigentumswohnungen in Berlin und dem Brandenburger Land spezialisiert. Zudem umfasst das Angebot Photovoltaikanlagen sowie die Sicherung Ihres Eigentums durch Anlage in physischem Gold, dessen Wertbeständigkeit seit mehr als 3000 Jahren nachgewiesen ist. Die Sicherheit und Zufriedenheit der Kunden steht dabei stets im Mittelpunkt. Nicht nur in Deutschland profitieren Sie vom Engagement des erfahrenen Teams um Günther Jordan. Auch für Spanien hat der geprüfte Immobilienprofi attraktive Angebote parat. Jordan und Mähling Immobilien – Ihr starker Partner für starke Immobilien und Vermögenssicherung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017